Willkommen zurück zu Dead Island, mitten in der Mission für den Dominic. So, wir liefern jetzt endlich diesen Signalverstecker ab. Und Aufstieg! Und natürlich Cash kriegen wir auch, wow. So. Dann haben wir das voll. Also bringt jetzt Außorgosten für Tackling minus 50%. Du kannst für regelte Türen durchbrechen. Ja, fein, fein, fein. So, wen helfen wir jetzt? Also bei ihm wollte ich eigentlich gar keine Mission annehmen, weil er, ja, macht uns nur Molotow-Cocktails. Das können wir später machen. Also hier sind wir fertig. Wir sind in diesem Rettungsschwimmerturm endlich fertig. So. Und begeben uns jetzt wieder in den Turm. Äh, ja, oben ist diese Reihe. Kartoff. So. Begeben wir uns jetzt endlich in den Turm zurück. Leuchtturm. So, jetzt haben wir hier noch zwei Missionen. Einmal oben. Und, äh, Monika Goldberg. Ich war in Kontakt mit den Piloten von diesem Flugzeug, das runterging. Es war voll von Passagern. Und sie sagten, dass sie eine emergency-Landung nahe am Ende der Dschungel machen. Ich habe dann Kontakt mit ihnen nach dem, aber wenn sie das Flugzeug sicher landeten, vielleicht können wir es nutzen, um die Hölle aus dieser Isle. Okay, Dschungel, da können wir noch gar nicht hin. Der Dschungel ist noch sehr weit entfernt. Hey, das Flugzeug könnte unser Ticket aus hier sein. Gut, ähm, ja. Der Dschungel ist noch sehr weit entfernt. Wir müssen erst... Ja, okay, ich spoilere jetzt ein bisschen. Wir müssen erst, ähm, noch ein paar Missionen für den Cinemoy machen. Und, äh, danach kommen wir in die Stadt. Und etwas später kommen wir dann endlich in den Dschungel. Das würde wahrscheinlich noch zwei Stunden, drei Stunden dauern. Ich denke, sie könnten Suppe haben, including Signal-Flairs. Wenn Hilfe endlich hierher kommt, wie vielleicht das Militär, wir brauchen einen Weg, um ihnen zu wissen, wo wir sind. Hast du Interesse in ein bisschen Selvage-Work? Ja. Gut. Und wenn die Hilfe endlich hierher kommt und wir ihre Aufmerksamkeit bekommen, ich garantierere einen ersten Spot auf dem Schraub. Ich sehe jetzt gerade, ich müsste, ähm, mein Handy irgendwie ans Teil packen. Ich mache mir hier kurz einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Warum muss das Handy eigentlich immer Akku-schwach zeigen, wenn ich gerade am Aufnehmen bin? Ich glaube, ich müsste mal ein Video drehen, wo ich euch mal das Handy zeige. Aber es wird schwer. Es ist sehr schwer, das Handy euch zu zeigen. Aber ich glaube, es interessiert euch nicht, was das Handy ist. Mann, scht... Komm, wir haben noch unseren Schraub hier. Damit können wir die Zunge mit wenigen Schlägen töten. Genau. Ach, komm her, komm her, komm her. Ha! Das war eine Kombo. Geil. Bruch und dann noch einen Tritt in die Fresse. Was haben wir hier? Algenbaumesser. Oh, ne. Komm, nehmen wir mal mit. Ach, können wir nicht. Äh, ja. Legen wir weg. Nehmen wir mit. So. Komm, wir nehmen jetzt mal hier so eine Kiste mit. Die rutscht aber weit. Ach, sie rutscht zu weit. Platsch. Eigentlich wollte ich die Kiste für den Infizierten benutzen. Ach, lassen wir sie einfach jetzt hier. Interessiert mich jetzt nicht. Bist immer noch hier liegen? Immer noch. Meine Fresse. Na, kennt ihr das? Der neue Holiday Resort. Sieht fast so aus wie Hollywood. Also wie das Hollywood-Zeichen in Hollywood. Heute spielen meine Kollegen außer Freundes aber ganz schön viele Spiele. Unterschiedliche Spiele. Mal ist es Dead Island, mal ist es Counter-Sky, mal ist es Company of Heroes. Beide tot? Ja, beide tot. So, da oben lang. Ah, jetzt wird sie dann ein bisschen heftig. Heftig. Nee, alle tot. So, wer sich mit Sam B anlegt, kriegt einen schnellen und schmerzhaften Tod. Nein, mein erster Tod. Ja, endlich mein erster Tod. Kommt davon, wenn man zu eifrig ist. So, wie auch versprochen, oben rechts der Death-Counter. Na kommt, na kommt, na kommt. Wo bleibt ihr Zombies? So, du schlägst. Ruhe. Mann. Nee, du schlägst mich nicht. So. So. Tja, die gewonnen, so zerronnen. Püüüü. Bezieht sich jetzt auf, ähm, ja, die, sie ist ersoffen. Darauf bezieht sich das jetzt. Oh, scheiße. Komm her. Ach nee. Komm her. Komm her hin, Zombie. Komm her hin. Ach komm, hier die Deo-Bombe. Da hätte ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf, die zu werfen, oder? Das muss ich das nutzen. Bam. Ah, doch, gut getroffen. Hat ihn zerfetzt. Eigentlich bräuchten wir hier die Dinger, aber man kann die anderen Bräuchte direkt jumpen. Vielleicht ist es hier etwas drin. Stärker als mein gemagelter Stopp. Ah, okay. Okay. So, haben wir alle. Jetzt müssen wir zurück zu Trevor. Ja, ja, voll. Wir brauchen sie hier. Komm her, küsst die Kiste in die Klappe. Mensch. So, let's go. Scheiße ist nur noch rennen. Die Darmzeit. Und Zombies aus dem Weg haben. Ich höre hier wieder was. So, dafür ist das Tech-Wing. Einsame Spitze. Somit kann ich die Infizierten einfach mal so von den Beinen holen. Hepp. Hepp. Ach, was für ein Hotel sieht man im Hintergrund. Oder was ist das? Ja, das ist das Hotel. Also dahinter, hinter diesen, also hinter diesem Berg. Dort ist, ja, die Stadt. Und hinter der Stadt ist der Dschungel. Weitweg. Weitweg. Spätestens in Part 20 oder 30 bin ich erst im Dschungel. Wenn ich schnell spiele und nicht alle Nebenmissionen mache. Ich mache jetzt einfach hier die Missionen, weil die mir leicht vorkommen. Also ich meine, die mir auch leicht sind. Weil die auch leicht sind und auch ganz schnell erledigt sind. Zum Beispiel die Missionen sind, ja, ich spoilere mich. Ich müsste gleich noch wahrscheinlich sowieso annehmen. Hier kommt irgendein Zombie. So was. Aber gut. Der geht fressen. Dann lassen wir ihn jetzt erstmal in Ruhe. Wow. Don't be schreckend auf den Menschen. Tja, dann habe ich dich halt einfach mal erschreckt. So, ähm, Hammer, Hammer, Morgenstern, ähm, hier guck mal, der standardmäßige Stock ist besser als der. Verkauf sich in den standardmäßigen. Äh, ja, das war's eigentlich. Ich meine, ich nichts mehr. Aber wir können jetzt erstmal gleich das reparieren, was wir in der Hand haben. Äh, ja da. So, reparieren. Reparieren. Ja. Und natürlich standardmäßiger Stock. Äh, ja, okay. Ohne Ruhe, also. Ah, das war's schon. Ja, standardmäßiger Stock, da haben wir ihn endlich. Reparieren wir auch noch das hier und das hier. Dafür haben wir ja genug Kohle. So. Standardmäßigen Stock werde ich ausrüsten. Wir wüten am Morgenstern auch. So. So, immer noch aus Holz. Jo, ist auf Holz. Gut. Können wir sie abliefern. Ja, jetzt könnten wir James nochmal ansprechen. So, immer noch mal. I saw what you did for us. And I won't forget it. Oh, gut. Das könnte ich noch mal ansprechen. Ja, jetzt müssen wir das Hilfe zeichnen. Aber dafür haben wir nicht mehr genug Zeit. Ich bereite mich jetzt noch mal ein bisschen kurz vor. Ähm. Ja. Was mache ich denn jetzt gerade noch? Ähm. Könnt ihr ein bisschen Energie trinken? Nein. Ich war noch nicht im Dschungel. Woher die hell habe ich das? Jo, mir fällt jetzt eigentlich gar nichts an, was wir jetzt in den letzten Sekunden noch machen. Ja, ihr könnt jetzt hier noch ein bisschen die Aussicht genießen. Richtig geil, ne? Das ist einfach nur pervers. Und ja. So. Dann beende ich hier den Part. Und wir sehen uns im nächsten wieder. Haut rein. Und bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.